Okay, wir fangen dann mit dem Casting an. Schickt ihr die ersten rein, bitte? Okay, Jungs, prima. Wer seid ihr? Wir sind eine Boy-Group. Okay, eine Boy-Group. Ihr habt da offensichtlich ein paar kleine Handicaps. Gehört das zur Show? Nee, wir hatten dummerweise gestern einen kleinen Unfall. Aber es ist kein Problem, wir sind fit. Ja, geht schon. Okay, was zeichnet euch denn aus, so als Boy-Group? Also, wir sind ziemlich sexy. Und wie jede andere Boy-Group, haben wir schon eine klare Rollenverteilung innerhalb der Band. Genau, und zwar bin ich der Sensible, so wie Ronan Keating von Boyzone. Ja, und ich bin total verrückt, so wie AJ von den Backstreet Boys. Und ich habe die erotische Reibeisenstimme. So wie Joe Cocker von NSYNC. Genau. Und zusammen sind wir die sexy Boys. Immer sexy. Okay, ihr habt ein eigenes Lied vorbereitet? Ja, wir fangen einfach mal an. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back to me. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back to me. Back to me. Back to me. And you. Und der Text ist von ihm. Okay, wie heißt denn die Nummer? Die Nummer heißt Baby, come back. Genau. Okay, also der Gesang, da können wir im Studio noch was drehen. Wichtiger wäre jetzt eigentlich, habt ihr ne Choreografie für die Nummer? Ja, klar. Eigentlich schon. Okay, kann ich die mal sehen? Okay, kann ich die mal sehen? Baby, I miss you. Baby, I miss you. Baby, I miss you. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back to me. Back to me, and you. Okay, nicht schlecht. Allerdings tanzt da jetzt natürlich immer einer aus der Reihe. Das sieht nicht so gut aus. Könnt ihr das einfach gleich nochmal versuchen. Und diesmal darauf achten, dass eure Bewegungen synchron sind, ja? Okay. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back. Baby, come back to me. Back to me. Baby, come back to me. And you. Das war's für heute.